Diesmal geht es bei WorldChanger um das Verlassen des Homeoffice am Feierabend. Hier ist es immer wichtig, dass man darauf schaut, dass alle Geräte vom Stromnetz genommen werden, also sowohl Drucker, Scanner, PC, Laptop, auch alle Ladegeräte. Am besten geht das natürlich mit einer schaltbaren Steckerleiste, da ist mit einem Knopfdruck jedes Gerät vom Stromnetz getrennt. Zusätzlich sollte man vielleicht darauf achten, dass man über Nacht auch den WLAN-Router, das Modem, ausschaltet, weil auch da kann man Energie sparen. Das sind jetzt lauter kleine Tipps, aber wenn man mehr oder weniger jedes Gerät ausschaltet, dann summiert sich das und dann bringt mir das auch ein bisschen was für ein energieeffizientes Homeoffice.